Dass Pflege eben nicht nur das ist, was es zu sein scheint, es gehört viel mehr dazu. Man muss körperlich, psychisch belastbar sein, man kriegt aber auch sehr viel zurück. Wenn man schon sieht, man hilft unseren Kunden, Angehörigen, da geht einem schon das Herz auf. Sei es, man hilft einfach nur bei der Versorgung oder man führt Gespräche mit Menschen mit Demenz zum Beispiel, Biografiegespräche etc. Und man sieht einfach, wie die in diesem Gespräch aufgehen, wie die das genießen, dass jemand für sie da ist.